Die Boote werden ausgerichtet! Die Boote werden ausgerichtet! Nachwärtsüber! Willst du auf eine Pannung kommen? 1,6 Tonnen müssen jetzt mal in Fahrt gepackert werden! Und das ist schwer! Aber ich denke mal 16 und manche mal zwischen 60 und 90 Liedern! Weil der Hunger hat wie ihr beiden! 70? Bei 5 magst du wohl oder was? Du bist ja jetzt 48! Und das letzte Vorderfreien ist gestartet. Wunderland war 1, die ganz Schlauen waren 2. Und manche Männer wird jetzt ganz genau auf die Endzeiten gucken, weil jetzt entscheidet sich, ob eins der beiden Boote dabei sein wird, bei der Fahrt auf Platz 1 und 2. Das sieht schon gewaltig kraftvoll aus, bei den ganz Schlauen und sehr synchronen. Und auch Wunderland ist gut mit dabei. Führungfähiger. Sieger! Auf der Bahn 2, die ganz schlau in einer Zeit vor und jetzt kommt es 1.18. 1.18 für die ganz schlauen, Wahnsinn. Das ist der Tag des Tages. Team Wunderland in der Zeit vor 1.26, ich habe auch eine klarte Zeit. 1.26 für das Team Wunderland. Damit dürfte klar sein, welches dabei ist wohl, damit noch Platz 1 und 2...